Hallo ihr Lieben, ich möchte in den nächsten vier Wochen mit Vorurteilen beim Kontaktlinsentragen aufräumen. Und heute gibt es das erste Vorurteil. Kontaktlinsen sind kompliziert einzusetzen. Von wegen. Ich habe da mal was vorbereitet für euch. Hier ist eine Kontaktlinse. Ganz weich und dünn wie ein Wassertropfen. Den anderen Finger benutze ich jetzt als Auge. Schaut mal her, was passiert. Ich komme ganz dicht dran und schwupp ist die Linse schon im Auge. Und schwupp ist sie wieder heraußen. Das Ganze könnt ihr kostenfrei bei uns testen. Wir helfen euch dabei. Dafür haben wir unsere Aktion. Ich mache es jetzt. Tschüss Vorurteile, hallo Kontaktlinsen. Kontaktlinsen. Kontaktlinsen ausprobieren. Das Ganze kostenlos. Für euch Einsteiger und auch die alten Hasen können was gewinnen. Einfach hier unter dem Video ein Vorurteil posten und ihr seid dabei. Oder diese Teilnahmekarte ausfüllen. Das Ganze geht bis zum 30.06. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Tschüss.